Zelda Breath of the Wild ist verdammt geil. Das muss ich gerade einfach kurz vorweg noch mal loswerden. Allein schon weil Skyward Sword für mich die purste Rotze in Reinkultur der Serie war. Und Breath of the Wild bringt einfach diesen frischen Wind mit sich, der den üblen Geruch aus der Konsole gepustet hat. Die Riesen-Map mit seinen zigtausend Ecken und Winkeln lädt zum ausgedehnten Erforschen und Entdecken ein. Man will einfach jeden Quadratmeter gesehen und betreten haben, jeden Stein umdrehen und am liebsten jeden Grashalm nen Kopf kürzter machen. Mit anderen Worten, die ganze Welt will von euch inhaliert werden und das ist geil. Das Verlangen hatte ich so arsch lange schon nicht mehr. Vor allem ist es auch einige Zeit her, dass man sich selber an ein größeres Spiel gewagt hat. Das Ganze hat aber auch einen triftigen Grund, denn so umfangreich und süchtig machend die riesigen Welten in so vielen Games sind, so gern ich hingehe und Teil von Hyrule werde und mich zwischen Bergen, Wiesen und dem schier endlosen Horizont verliere. So übel stößt mir eine einzige Sache immer wieder auf. Die Zeit, die mich das viel erkunden kostet. Versteht mich nicht falsch, was Games betrifft, die einen lange vor die Konsole fesseln. Denn hier bekommt man auf alle Fälle was für sein Geld an Spielzeit geboten, im Vergleich zu so manch teurem Spiel, das nach drei bis sechs Stunden vorbei ist und danach nie wieder von euch angefasst werden will. Aber ich persönlich bin über die Jahre vermehrt Fan von wesentlich linearen und bedeutend kürzeren Spielen geworden. Natürlich habe auch ich mir als Kind immer größere Welten zum Zocken gewünscht, in die ich eintauchen kann und auch nach Monaten noch etwas Neues entdecken und zu Gesicht bekommen kann. Aber damals hatte man auch wesentlich mehr Freizeit und so gut wie null Verpflichtung. Das sieht mit gut 30 Lenzen nun ganz anders aus. Da muss sich gut überlegt werden, in welches der zahllosen Games man seine knappe und kostbare Zeit steckt. Und ja, da gebe ich dann leider doch vermehrt den kurzen, dafür aber schnell belohnenden Arcade-mäßigen Games den Vorzug. Eben weil man auch nach einer halben Stunde schon echte Erfolgserlebnisse erntet. Das soll jetzt nicht heißen, dass man sich nur noch den schnellen Spielen für zwischendurch widmet, weil ich dann ja gleich auf meine komplette Sammlung verzichten kann und nur noch auf Mobile switchen darf. Aber nein, ich wollte nur einmal zum Ausdruck bringen, wie schön es doch ist nach so langer Zeit mal wieder einen Titel zu haben, der mich echt begeistert und für viele Stunden vor die Konsole zieht. Mir aber im selben Moment so viel Zeit raubt, dass es schon nicht mehr feierlich ist. Aber hey, das ist einfach nur Meckern auf hohem Niveau, denn ich weiß ganz genau, dass es da draußen zahllose Zocker gibt, denen genau diese Fülle an Content gerade recht kommt und überglücklich für jede Minute sind, die sie mit diesem Spiel verbringen dürfen. Und damit meine ich vor allem die Schüler und jüngeren Zocker da draußen. Ihr habt noch was an Zeit, die ihr mit Vergnügen in die Games ballern könnt. Da bin ich ein bisschen neidisch drauf. Aber vergesst nicht, dass es da draußen noch eine Welt gibt, die neben der Virtuellen existiert. Und sorry für das Moralapostel-Geheuchel. Gott, ich werd alt. So, und falls mich jetzt wer sucht, ich werde die nächste Steppe in Breath of the Wild in Angriff nehmen und verabschiede mich fürs Erste. Bleibt mir gediegen. Leute, haut rein. Pissdansen und see ya. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020